Ja, das war so ganz toll, dass wir den kaltesten. Danke, danke schön, danke schön. Da hinten ist die Gamer Launch oder was? Ja, genau. Aber haben wir überhaupt Games oder nicht? Wenn wir keine Games haben, bringt es uns ja auch mit. Oh, wirklich? Ja. Wir sind alle noch ein bisschen am Abchillen. Heute ist ein entspannter Day. Jetzt werden die Games gesaved. Oh, wow. Liebe Leute, hier sehen wir einmal die Elbe. Ein wunderschöner Fluss hier in Deutschland. Es ist sehr, sehr nass, dieser Fluss. Das macht ihn so besonders. Hier ist ein Puckys. Okay. Let's go. Step pro. Alright. Hey, guck mal her. Ich weiß, was ich gemacht habe. Wenn du damit kommst, gerne. Andern hast du gesagt, kannst du das, oder? Ja. GU 답 tänntang. Chuco. Du, 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 Anh. Say, HEY. Meetigan. Ich bin Jada. Langsam kurz pa coloring. Ich möchte unbedingt ein wissen. Tramer. Untertitelung. BR 2018 So, wir sind jetzt fertig mit dem Konzert. Wir haben die Bühne richtig abgerockt. Magdeburg war legendary. Jetzt geht's in den Turbus. Und dann wird Party gemacht. Echt? Also schlafen. Ja. Wir haben ja den Buben. Auch bei Bildern sehe ich das. Bei Bildern bewegen die sich dann so. Wir haben das gleiche Konzert. 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 Die Kasse. Ja, das Kätzchen hat gestohlen und das Kätzchen wird ertränkt. Nachbars Peters soll es holen, dass es im Fleisch versenkt. Nachbars Peters hat den Augen ungerufen, kommt er schon. Ist dir die Bezüge gekommen, geb ich ihr gern den Lohn. T-Shirt. Das ist ein, das ist glaube ich schon ziemlich lange her, dass man dabei Musik gemacht hat. Aber es ist immer noch der beste Sound, den man kriegen kann. Und nicht zu vergessen, die Socken. Das ist gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020